Ey, bist du ein Höllenpferd? Ne, du bist nur zufällig... Bist du ein Höllenpferd? Ja, das ist auf mich zugelaufen, aber dann hat es abgedreht. Bist du ein Höllenpferd? Nein, ich bin ein Pegas. Ja, und damit herzlich willkommen zurück beim Minecraft Drifter. Mit dabei ist Kunran. Hallihallo. Wir finden auf dem Sofa Gaming Kanal und der Nephias. Wir finden auf dem Denephias Kanal. Auf dem Denephias Kanal. Und ich, Gorobei, auf dem Kaffeebäckchen. Gut, dass er es selbst gesagt hat. Immer noch hasst dich durch Pluton. Nice. Pluton? Splatoon. Was? Splatoon? Was? Du spielst jetzt Splatoon? Das finde ich nicht gut. Splatoon kommt heute gar nicht. Außer es gab einen Update, dann kommt Splatoon. Leute, betet, dass ein Update kam. Bling, 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 bling. So geil mit dem Hammer. Vor allem, wenn ich so... Mein Kunran hat das Gefühl der Geschwindigkeit noch nicht so, aber ich hier... Ich schwirr mich einfach hinter durch und platz hier Fackeln. Und sammelst die Scheiße ein, die ich liegen lasse. Oh, ich hab das schon noch gefunden. Ich mach mal... ...heb das Eisen hin. Oh, Kunran, hier wollen wir nicht rein. Hier wollen wir nicht rein. Jetzt wollen wir nicht links lang, glaube ich. Oh Gott, ich sehe Monster, die ich nicht sehen will. Da wird wieder ein Gold Nugget. Da ist noch... Bist du ein kleiner Gold Nugget? Oh Gott. Ach, scheiße. Ich wollte sagen, schwirr mich hier nicht aus. Der hat zweimal Pling gemacht in einem 3x3 Feld. Das ist ja nice. Wo kannst du sagen? Einmal Wasser ablassen? Also ich bin bald voll. Also ich müsste bald mal hoch, weil ich hab drei Stacks von dieser Weak Essence. Ich hab keine Ahnung, was ich damit tun kann. Hab ich da überhaupt irgendwas von? Nö. Das kann ich gucken. Doch, 16 Stück hab ich davon. Weil die kommen zwischendurch aus dem Mikrowellen-Sound mit raus. Jetzt hab ich hier gelbe Essence. Was ist das denn? Gelbe Essence? Hab ich noch nicht im Moment. Molten Essence. Okay, was mach ich damit? Gar nichts. Nix wird mir angezeigt. Ah, jetzt. Nee. Und U? Auch nicht. Nee, kann man nix mit craften anscheinend. Man braucht es für was anderes. Ich mag den Hammer. Mit dem Hammer. Wenn die zwei Leute mit dem Hammer sind, dann macht die ganze Zeit nur Ping, Ping. Aber ich find keine... Ah, apropos, keine Dias. Ich hab Dias gefunden. Ja, ein paar haben wir ja schon. Aber ich find keine Dias... Ah, na, na, na. Ja, und in dem Moment haben sich echt Dias geöffnet. Ist hier ne Höhle? Ich hab jetzt 15 Dias. Nice. Was passiert? Nicht sterben mit Dias. Kuntrad! Ich seh' gerade nix. Das war knapp. Ich muss raus hier. Ich hab hier noch... Wie lange hält denn das? Okay, zwei Sekunden noch. Bleint nix. Kuntrad! Hast du Dias? Äh, nee. Ich hatte echt noch drei Herzen, ey. Das war knapp. Muss hoch. Ja, hier hab ich den Gang gerade. Hier geht's nicht raus. Wir müssen noch in zweiter. Ich hab einfach eben neben... Achso, den hast du gerade gebuddelt. Ja, ich hab parallel gebuddelt. Die müssen auf jeden Fall runter. Hier sind Alethisten. Wenn wir ne Spitzhacke haben, muss die ja. Weil die kann man... Die sind ganz gut. Nee, das will ich nicht. So, so. Alter, nicht so viel Stein. Ich hoffe, dass die spawnen schnell. Kann man von Poison sterben? Nein. Oh, the ancient unrest is over for now. Ich bin nicht mehr schnell. Jetzt muss ich... Jetzt geh ich eh hoch. Jetzt hat das alles keinen Sinn mehr. Ah, das war weil... 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 Wer war das? Poseidon? Pluton. Pluton. Und? Weil es Nacht war. Ja, ja. Deswegen war ich so schnell. Das hatte ich schon gecheckt, weil ich hatte das direkt danach. Und... Ich wäre ein Vogel. Kuntrad. Entschuldige. Okay. Du musst ja nicht Kuntrad. einen Vogel nennen. Nein, aber... Wie ist das denn passiert? Muss unsere Diamanten bewachen. Ich habe diesen... Dings-Bug gehabt. Nimmst du das? Das ist mit dem ich... Hast du Platz? Ich habe aber keine Spitzhack, aber du kannst es abbauen für mich. Achso, du hast keinen... Ach, geht das auch noch mit Eisen? Ja, das geht auch noch mit Eisen. Ich weiß. Ich habe hoch hier. Ich habe noch normalen Covid-Stunden. Ja, ich habe schon mal Stein weggebrochen. Ja, ja, das mache ich sowieso. Oh, warte, die sind noch Schatz. Habe ich irgendwas, was mir wirklich viel... Oh, alles klar, war die da oben. Nee, jetzt gerade wieder. Nee, jetzt gerade wieder. Okay, oder gerade wieder so nicht? Jetzt gerade wieder okay. Okay. Da waren Skeletten, was mir so ein bisschen auf den Sack ging. Und so ein grünes Vieh, wo du Ringe gekriegt hast. Bescheuert? Die Witch hat mich vergiftet. Kann man von hier... Nee, hier können wir nicht rein. Doch, von hier kommen wir. Ja? Ja, ich höre dir zu. Die Witch hat mich vergiftet und dann hat mich das Skelett abgeschossen, als ich nur einen habe hier. Wir müssen da hoch, oder? Hier hoch, ne? War das hier? Ich glaube schon. Hier ist irgendein Clown. König. Eine Mikrowelle habe ich gehört. Ich habe hier noch ein bisschen was zum mitnehmen. Oh Gott. Ich sehe es wieder nicht, Nephi. Ich, äh, ich... Warte. Ich sehe den Gegner wieder nicht. Das ist nicht gut. Äh... Ich gehe mal dahin. Was denn? Ich habe den Lotto-Mann gefunden. Ja, den hatte ich auch schon. Ich gehe gerade dahin, wo wir hergekommen sind. Aber ich sterbe an einem Wrist, ey. Nein. Das ist nicht gut. Wie kriege ich meine Gold-Coins? Äh, das Towncraft ist das. Wo bist du? Ich habe mich gerade versteckt, aber du gesagt hast, du stirbst. Nee, ich lebe jetzt, oder? Warum sehe ich denn deinen Namen nicht? Ich sterbe. Okay, ich verstecke mich. Ich sehe deinen Namen nicht. Ich, warte. Ah ja, ich sehe deinen Namen. Müsste es unter mir sein, ne? Ja. Ah, dann. Und hier lang? Hast du Essen dabei? Ja, habe ich. Ich habe mich gar nichts mehr. Drei verschiedene Sachen habe ich dabei. Aber nur noch einen Apfel, aber den kannst du gerne haben. Wie komme ich denn zu dir? Bist du... Hier lang? Ich sehe deinen Namen wieder nicht. Ich sehe deinen Namen. Ah, ja. Ja. Ja, ja. Okay. Willst du was zu essen erstmal? Ja, bitte. Oh, das, das. Einen Apfel habe ich noch für dich? Oh, nur für Hähnchen? Ja, das ist... Keine Ahnung, ja eh mehr als genug. Ach, du kannst es nicht tragen. Ja, warte, ich muss kurz weglegen, nur. So, jetzt lebe ich wieder. Warte, ich gebe das Essen wieder. Also, du kannst es behalten. Nee, ich habe hier keinen Platz. Ich will mal ein Schwert haben. So, da den Apfel. Ich wollte nur wieder heilen. Ich dachte, dass du das Schwert wegkriegst. Ja, klar, aber... Äh, ja. Ach, der ist so wie Kopf. Was wir als nächstes in Tinkers Konzert machen, ist auf jeden Fall ein Knapsack, Kunran. Also ein Rucksack. Okay. Klingt gut. So, pass auf, du musst jetzt mal vorgehen. Nee, musst du nicht. Ich muss zu Leiter rennen. Ah, okay. Und weg hier. Und weg hier. Ah. Figurubais' Namen. Ja, ich auch. Jetzt gibt er Lava. Jetzt mach das zu. Lange lebe der Kö. Ach, nein. Puh. Oh, einen schönen Weg hat er gebaut. Das ist ja schön hier. Ach, das ist kein Weg, das ist ein Feld. Okay. Ja, dazwischen ist ein Weg. Das ist ja erst... Nee, das ist da alles insgesamt aus dem Feld. Das fand ich auch schön. Okay, komm, wir gehen durch Goros Haus. Lange weg. So, hier liegt eine Leiche. Ja. Was ist hier passiert? Was ist denn? Ich komm trotzdem... Warte, ich komm trotzdem bei... Dein Zaun hält mich nicht auf. Pass auf. Ach so, shit. Erstmal mal nehmt aufrunden. Boah. Böse Typ, ey. Ja, badass. Wo hab ich den Kopf jetzt? So, ich knall das ganze Eisen mal in die Schmelze, ne? Ja, 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 mach ich auch gleich. So. Nur pack Tinn und... Zinn und Aluminium bitte nicht rein. Ich glaub, das mischt sich immer. Ja, okay. Pack das irgendwie hinten in die Kiste so lang oder so. Gold kannst du reinpacken. Es gibt auch immer ein Mischverhältnis, ab wann sich das mischt, aber ich hab hier... 2 zu 3. Es ist ja unterschiedlich von den... Copper würde ich aber an deiner Stelle auch nicht reinführen. Ne, Copper, Tinn und Aluminium mischen sich immer. So, ich müsste mein Haus mal irgendwann vergrößern. Stimmt, dein ist sehr klein. Ja. Momentan so zu nem Lager verkommen. Was machen wir denn mit den Dias? Soll ich Diaspitzhacken bauen? Oder wieso machen wir das? Mach mal ne Diaspitzhacke, ja. Eine brauchen wir nur, ne? Stimmt. Wir brauchen nur eine, um dann in der Hölle mal eben Zeug abzubauen. Genau. Ja, okay. Gott, man muss die Blöcke da einzeln reinpacken. Ne, Shift-Klick. Aber ist grade voll. Deswegen wird's nicht gehen. Du musst warten, bis die erste Furie durch ist. Die erste Furie? Die erste Furie! Furie. Da kommt ne Furie! Links ist so ein Fortschrittswalken an den Blöcken. Jo, hab ich gesehen. Da kommt ne Furie! Wir hätten Lava mitbringen müssen. Ich hab eben die Kirschen hier mit dir noch im Baum hin. Da kommt der Nachtisch! Halt die Fresse! Na, 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 na. Bring ich die in den Garten. So. Hör mal auf, wegen der Felder. Millionen noch? Ja, machen wir ne Felder. Mama, der ist in mein Feld gesprochen. Hör auf, die Felder ein. Ne, Fee, ich hab die echt mit Liebe gemacht. Ich weiß doch. Wir brauchen endlich, wir brauchen, glaube ich, als erstes wirklich mal, was Nahrung angeht. Guru macht doch. Der macht das doch schon. Der Papa macht doch. Papa macht doch schon, alles klar. Was war das denn? Ganz cool, was ich hier gebaut hab. Dieses Lachen gerade. Aber es ist zuerst, wenn du wieder hochkommst. Sehr schön. Die schwarzen Vögel machen übrigens Blindness. Das ist gar nicht mal so nett. Die schwarzen Vögel, ist das schon wieder so eine rassistische Merkung gewesen? Oh, hier liegt ne Leiche. Ist da was drin? Oh, nen Wassereimer erst mal mitnehmen. Schön, mein Teil. Oh, du hast ja nen Herd. Jaha. Was kann man damit machen? Ach, das ist einfach nur ein Ofen. Ja, nee. Nee, es ist nicht nur ein Ofen. Damit kannst du auch spezielle Sachen nachher machen. Voll begeistert du auch. Du hast die ganze Essenz natürlich mitgenommen. Der Rucksack war jetzt dasselbe Mudpack. Ja, aber... Aber nicht mit dem Tisch hier, den wir hier haben. Doch, nein. Nein, nein, nein. Wer Knappsack, den kannst du eingeben auch im Nei. Da brauchen wir sechs Leder. Ich hab Leder in den Kisten. Ich weiß noch nicht wie viel. Und du musst zwei Eisenstangen gießen. Zwei Iron Tough Rods und einen Goldbarren brauchst du jeweils. Okay. Obwohl, da steht auch Cards can be... Nee, nimm mal Eisen. Warte mal, ich find meine Bäume hier im Garten ganz cool. Deswegen will ich die eigentlich nicht abbauen, aber... Schau mal kurz, ein bisschen Leder hatte ich irgendwie auch noch. Drei Leder hab ich das hier. Aber für den Garten ist es, glaub ich, sicherer, dass wir die abbauen. Gott, was hör ich hier wieder? Wie viel Leder hast du? Ich hab einiges an Leder. Musst du mal in die Kisten gucken. Bring nur gerade... Ich hol mal gerade ein bisschen... Oh, hier, vielleicht sogar auch noch was? Hm? Ein bisschen Lava. Guck mal sonst... Wir müssen mal die hier, den Nether spawnen und gucken, wie der Nether so ist. Ob man da gut Lava holen kann. Das ist leichter, als jedes Mal runterzugehen. Da sind wir 13 Leder. Wir brauchen aber drei Rucksäcke, denk ich mal, oder? Ja, das wär ganz nice. Also brauchen wir insgesamt 18. Alles klar. Boah, Kunran kann rechnen. Ich weiß schon, warum wir den ins Projekt geholt haben. Daran ist Givi ja damals, als die Outfitte reinkommen können. Die hat den Einsteller... Die hat den Mathe-Test nicht bestanden. Ja. Nee. Schon bitter. Seca sagt, er hatte keine Zeit und dann... Seca ist nicht erschienen. Jetzt haben wir den Salat. Hast du da eine Luke reingemacht? Eine. Zwei. Kukus, wo seid ihr? Kuro. Was denn? Ich komm, guck mal. Ich komm hier so raus, guck nach da und dann werd ich hier begrüßt von deinen Nachbarn. Na? Hey, lustig. Gehen Sie mal bitte vom Zaun weg. Oh, Mann. Ey. Ich bin der Pepper Schulke. Pepper Schulke. Was ist denn da? Das war Wilson aus Thörmer Werder Hemmer. Hat den nur so über den Zaun geguckt. Ja, das stimmt. Mr. Wilson, ey. Aber er hat verschuldet. Hieß der Mr. Wilson. Hieß der Wilson? Ja, ne? Wilson hieß aber Cast Away, der Volleyball. Ja, ich wollt grad sagen. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Okay. Boah, ich geh ab. Geh ab. Ich geh ab. Ich zeig mich am Boden. Der Wind carried mich die ganze Zeit. Ich bin immer mega schnell hier draußen. Pass auf, hinter dir ist ein Vogel, Goro. Und dann, ich bin jetzt in meinem Haus. Und jetzt, was soll er machen? Er kann ja mal klopfen. Okay, klop, klop. Wer ist da? Vielleicht macht Goro auf. Ist ja so geil. Hallo? Aber dann sagt er da immer diese Groupies. Dann macht die Tür wieder zu. Du musst auch hinterschreiben. So, drei Leder noch. Hands ficken ist nicht. Was? Was, 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 was? Was bist du denn da? Echt pervers bist du. Hunger. Das ist ein Mini. Ist das ein Ork? Sieht aus wie ein Mini-Ork. Ork? Kühe. Erstmal den Kalamari-Braten hier und den Essen rein. Oh Gott, ich glaube, es wird dunkel so langsam. Nee, es ist ein Schaf. Ist das ein Flugzeug? Bringen die Nüsse denn gekochten Erd drum an? Ja, ein bisschen. Okay, okay. Ich nehme alles zurück. Das ist doof hier mit dem Karten. Oh, der gekochte Kalamari hat nichts gebracht. Oh mein Gott. Ist nur ein Schafkundern, kann ich sagen. Ein Schafkundern. Sagt, wenn ihr schlafen wollt, ich bin eh im Haus gerade. Ich bin weit weg. Avocado kann man nicht kochen oder was? Äh, nee, geht nicht. Ich laufe jetzt zurück. Gut, dass ich noch Fleisch habe. Ich finde es gut, dass angezeigt wird, wie viel Putter das jetzt zurückgibt. Ja. Gibt nicht geil. Wobei irgendwie die Anzeige nicht immer hundertprozentig ist. Ich weiß aber immer noch nicht, was das Gelbe heißt. Ja, genau das meine ich. Du kannst nicht überessen, glaube ich. Überfressen so. Ja, und dann geht das Gelbe erst weg, bevor das andere weggeht. Okay. Ach so, das ist dann die zweite Hungerleiste sozusagen. Ah, stimmt. Du hast recht. Ist der Ende noch hinter mir her? Nein. Kann ich diese Wurzel kochen? Wo ist eigentlich mein Punkt? Da ist mein Punkt. Kaffeebohnen kochen? Oh, Kaffeebohnen kann ich rösten. Du kannst auch Kaffee machen. Da musst du Guru fragen. Der kennt sich damit aus, mit Kaffee. Wahrscheinlich dann mit den gerösteten Kaffeebohnen. Cup of Kaffee. Nee, ich habe mir direkt einen Kaffee gemacht, in dem ich die Guru gebacken habe. Nice. Erst mal Kaffee reinhauen hier. Oh, geil. Würdet ihr wohl Leder fallen lassen, die Kühe? Gibt es doch nicht. Fühlst du dich da draußen eigentlich sicher, Kondran? Ja, also irgendwie momentan geht's. Oder ich mache das doch anders. Warte mal. Leute, aber ob wir das wirklich anders machen, das erfahrt ihr erst in der nächsten Folge. Unglaublich. Hey, Scrubby ist zu Besuch. Nice. Blabber? Nee, Scrubby, den der Kondran schon mal kennengelernt hat. Ey, bist du ein Höllenpferd? Nee, du bist nur zufällig auf mich. Bist du ein Höllenpferd? Ja, das ist auf mich zugelaufen, aber dann hat es abgedreht. Bist du ein Höllenpferd? Nein, ich bin ein Pegasus. Scrubby kann nicht in meine Tür reinlaufen. Der ist zu blöd dafür. Merkst du eigentlich, wie Nephi und ich uns gegen das Beenden der Aufnahme wären? Ah! Leute! Was, Reidel? Leute! Scrubby hat mich gerade angegriffen. Moment, ich muss kurz was testen. Ich habe übernommen, dass die Aufnahme noch nicht beendet. Ich auch nicht. Gut. Oh Gott, hallo Creeper. Oh Gott, zwei Creeper. Aber ich würde halt gerne. Ja, Nephi muss noch was testen. Oh. Hast du gerade was explodiert? Das war bei mir. Keine Munition dafür, irgendwie. Was ist das denn? Guck mal, das Skelett hat keinen Kopf. Weiß ich nicht. So weit kann ich nicht gucken. Ne, warte, das ist Konran. Das bin ich, hallo. Das hier? Da hinten ist mein Feuervogel. Oh Gott, hier sind mehr Feuervögel. Was sieht hier? Ich habe hier gegen ein kopfloses Skelett gekämpft. Okay. So, jetzt können wir die Folge werden. Warte, ich muss den Vogel noch töten. So, alles klar, jetzt können wir von mir aus. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.